schließe deine augen nimm einen tiefen atemzug und fühle in dich hinein nimm den gesamten fokus aus der außenwelt in dein inneres schau wie sich das tor zu deiner seele öffnet deine seele hat schon lange gewartet wie geht es dir meine seele schon lange habe ich mit dir nicht gesprochen ich möchte mich bei dir entschuldigen dass ich dich vernachlässigt habe du bist mir so wichtig doch es war mir nie bewusst dass ich dich verdrängt habe dass ich mehr platz mehr raum für den verstand gelassen habe und dich in den hintergrund geschoben habe es tut mir unheimlich leid ich bin dankbar für diese erkenntnis ich möchte dich auf gleiche ebene positionieren lassen denn du hast die selben rechte auf der selben ebene zu sein wie mein verstand nur wenn ihr beide im ballon seid werde ich kraftvoll glücklich zufrieden sein ich brauche euch beide deswegen möchte ich mich ab heute mit dir ganz tief verbinden deine seele möchte dir etwas ganz wichtiges sagen höre genau zu das war und verhaal ich bin auch und Nimm es mit deinem Herzen auf, sei verbunden mit deiner Seele, sag Danke zu deiner Seele. Umarme deine Seele, nimm einen tiefen Atemzug voller Liebe, schau was miteinander passiert. Und bei der Ausatmung kannst du alles loslassen. Denn jetzt wirst du von der Seele durchs Leben begleitet. Ich liebe dich, meine treue, wahre Seele. Und jetzt kannst du langsam zurückkommen, dich für diese kurze Meditation bedanken und deine Seele nie wieder vergessen. Ich verabschiede mich bei dir. Lisa Ich verabschiede mich bei dir. 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 Ich verabschiede mich bei dir.